Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach Körperverletzung Am 3. Dezember 2019 gegen 16.30 Uhr kam es in der Magdeburger Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurden zwei Magdeburger, damals 13 und 14 Jahre alt, von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach Beschluss des Amtsgerichtes Magdeburg sucht die Polizei nun nach Zeugen, welche die Personen auf den Bildern erkennen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391 546 32 95 im Polizeirevier zu melden.